Nachdem ich vor kurzem eine 500 Euro PC Konfiguration vorgestellt habe, geht es in dem heutigen Video mit dem doppelten Budget, nämlich 1000 Euro weiter. Selbstverständlich gibt es auch diesmal wieder alle Komponenten kompakt zusammengefasst, jeweils mit den wichtigsten Informationen. Let's go! Starten wir mit dem Prozessor. Wie auch schon bei der 500 Euro Konfiguration, habe ich mich auch dieses Mal wieder für einen AMD Ryzen Prozessor entschieden. Um genauer zu sein, empfehle ich den 150 Euro teuren AMD Ryzen 5 2600 mit 6 Kernen, 12 Threads und einer Taktfrequenz von 3,4 bzw. 3,9 GHz. Seine TDP liegt bei angemessenen 65 Watt und auch der L3 Cache mit 16 MB Speicher braucht sich ganz sicher nicht verstecken. In dieser Konfiguration wird außerdem der beigelegte Boxkühler verwendet. Dieser reicht in aller Regel auch bei anspruchsvollerem Betrieb locker aus und muss nicht zwangsläufig durch ein anderes Kühlmodell ersetzt werden. Diese CPU sowie alle anderen in diesem Video vorgestellten Hardware Komponenten befinden sich übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wer nicht auf Amazon kaufen möchte, findet dort auch den kompletten Geizheilswarenkorb. Machen wir weiter mit dem Herzstück eines Gaming PCs, der Grafikkarte. Hierbei habe ich mich für die GTX 1070 Ti Gaming aus dem Hause Gigabyte entschieden. Für gut 450 Euro ist sie immer noch günstiger als eine 2070, die ohnehin nach wie vor sehr schwer zu haben ist. Der Chip-Takt wird mit 1607 MHz Standard und 1683 MHz Boost-Takt angegeben. Dank des Triple-Kühler-Designs ist weiteres Übertakt natürlich weiterhin möglich. Beim Videospeicher handelt es sich um 8 GB GDDR5-Speicher, der sicherlich noch 3-4 Jahre ausreichend sein wird. Laut Nvidia beläuft sich die TDP dieser Grafikkarte auf 180 Watt, was nicht gerade wenig ist, aber durchaus klar geht. An Heckanschlüssen mangelt es dieser Grafikkarte ganz sicher nicht. Hier setzt Gigabyte auf einen HDMI- und einen DVI-Anschluss sowie drei Display-Port-Ausgänge. Hier sollte also für jeden der passende Anschluss dabei sein. Fahren wir fort mit dem Arbeitsspeicher, den ich euch für dieses Preisbudget empfehlen kann. Es ist derselbe Arbeitsspeicher, den ich auch in meinem privaten Rechner verbaut habe, nämlich der Corsa Vengeance LPX-Arbeitsspeicher im Dual-Kit mit 2x 8 GB Speicherkapazität. Dieser Arbeitsspeicher ist derzeit für ca. 120 Euro zu haben und bietet dafür sogar einen Takt von 3000 MHz. Was die RAM-Regel außerdem auszeichnet, ist die CL16er-Latenz sowie das extrem tiefe Design, welches bei größeren Kühlern von Vorteil ist. Wo werden all diese Komponenten draufgesetzt? Richtig, auf das Motherboard und zwar auf das MSI B450M Pro VDH. Für 75 Euro ist dies sicherlich kein überkrasses Mainboard-Modell, es hat sich in der Vergangenheit allerdings häufig bewährt. Konkret handelt es sich hierbei um ein Micro-ATX-Motherboard mit einem B450er-Chipsatz. Die vier RAM-Steckplätze supporten Arbeitsspeicherregeln mit einem maximalen Takt von 3466 MHz. Zudem finden hier bis zu vier SATA-Festplatten Platz und auch für einen M2-Steckplatz ist gesorgt. Für die 1070 Ti steht euch selbstverständlich ein PCI-Express 3.0x16-Slot zur Verfügung und auch mit den Heckanschlüssen sollte MSI die meisten Nutzer zufriedenstellen können. Diese belaufen sich auf vier USB 2.0 und vier USB 3.0-Schnittstellen. Außerdem haben wir hier eine PS2 und eine LAN-Buchse sowie drei Audio-Ausgänge für den verbauten 7.1-Soundchip. Für den eventuellen Einbau einer AMD APU hat MSI hier auch an Grafikausgänge gedacht, nämlich an einen VGA, einen DVI und einen HDMI-Port. Weiter geht es mit der Speichereinheit, auf der das Betriebssystem und einige weitere Programme bzw. Spiele ausreichend Platz finden sollten. Die Crucial MX500 SSDs sind nicht umsonst sehr beliebt und für 45 Euro kann man hier wirklich nichts falsch machen. Hierbei habe ich mich für das 250 GB Modell mit einer angegebenen Lesegeschwindigkeit von 560 MB pro Sekunde und einer Schreibgeschwindigkeit von 510 MB pro Sekunde entschieden. Wer doch lieber eine M.2 SSD bevorzugt, kann natürlich auch diese verbauen, übersteigt dann allerdings etwas das Budget. Auch bei dieser Konfiguration kommt eine HDD zum Einsatz, die mit einem Terabyte Speicherkapazität für die meisten Nutzer ausreichend Speicherplatz bieten sollte. Die Rede ist von der Western Digital Blue HDD mit einem 64 MB großen Cache und einer Drehzahl von maximal 7200 Umdrehungen pro Minute. Vielmehr kann man zu dieser HDD nicht sagen, für gut 40 Euro ist sie absolut solide und empfehlenswert. Als vorletztes geht es weiter mit der Stromquelle, dem Netzteil, an dem gerne mal gespart wird. Ich habe mich hingegen für ein ziemlich neues Modell aus dem Hause BeQuiet entschieden, nämlich das BeQuiet Pure Power 11 in der modularen Variante. Geilzahls listet es derzeit für ca. 70 Euro und meiner Meinung nach ist dieser Preis absolut gerechtfertigt. Hier bekommt ihr ein qualitativ hochwertig verarbeitetes Netzteil, welches mit der 80 Plus Gold Zertifizierung ausgezeichnet wurde. Multirail und DCDC Technik sind auch mit an Bord sowie sämtliche Schutzmechanismen. Neben einer 20-24-poligen Mainboard-Stromversorgung und einer 4-plus-4-poligen CPU-Stromversorgung bietet dieses Netzteil-Modell außerdem zwei 6-plus-2-polige PCI-Express-Stromversorgungsanschlüsse für Grafikkarten. Sechs SATA-Stromversorgungen sind auch mit an Bord, genauso wie drei 5,25 Zoll und einen 3,5 Zoll Anschluss. Wie bereits erwähnt ist dies die modulare Netzteil-Variante, die ein besseres Kabelmanagement ermöglicht. Beim Gehäuse fiel meine Entscheidung auf das Cooler Master Masterbox Lite 5 für roundabout 45 Euro. Dieses Full-ATX-Gehäuse sieht nicht nur ansprechend aus, sondern wird mit einem 120mm Lüfter geliefert und kann jederzeit um bis zu 320mm Lüfter erweitert werden. Der Einbau von großen CPU-Kühlern dürfte kein Problem darstellen, solange diese nicht über 160mm hoch sind, genauso wie bei Grafikkarten, die eine Länge von 400mm nicht übersteigen dürfen. Es ist 200x455x469mm groß und bietet Platz für bis zu zwei 2,5 Zoll Laufwerke sowie zwei 3,5 Zoll Laufwerke. Für DVD-Laufwerke bietet dieses Modell leider keinen Platz. An der Front befinden sich zwei USB 3.0 Schnittstellen als auch die üblichen beiden Klinkenanschlüsse. Das war nun die komplette Konfiguration zu einem 1000 Euro Gaming-System. Wie bereits erwähnt befinden sich alle Komponenten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Was hättet ihr vielleicht anders konfiguriert? Lasst es mich gerne über die Kommentare erfahren. Nun würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest, um zukünftig keine neuen Konfigurationen und kein weiteres Video mehr zu verpassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.